Seid ihr auch schon mal von einem Wanderweg gewesen und seid der Versuchung erlegen, was es so kurvig und schlängelnd durch die Landschaft geht, dass man vielleicht einmal an einen Ort gerede geht, eine Abkürzung macht. Ihr gehört das Kraftfutter von Christian Dummermuth, Gefaduboden. Ja, besonders wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, wenn man irgendwie von oben nach dem Berg ins Tal gehen kann, laufen, haben die Kinder immer wieder die Tendenz, dass sie einfach gleich anzugehen. Und man muss ja manchmal sagen, halt, nicht so, du müsstest schön am Weg nachgehen. Und man versucht es dann auch zu erklären. Und ja, es ist ja so, dass das manchmal auch mehr Erwachsenen mache, vielleicht viele Erwachsene, viele Leute mache das. Und dann gibt es auf einmal statt eines Wäglchen viele Wäglchen. Und es gibt Erosion, es gibt ganz eine Wüste Sache. So gibt es ja auch auf vielen Orten die Hinweistafeln manchmal, dass man so auf dem Weg bleiben soll. Den Weg nicht verlassen. Dass es eben einfach einen schönen Wanderweg gibt. Ich glaube, wir Menschen, wir Westeuropäer im Speziellen, wir haben eine Tendenz, dass wir gerne schneller am Ziel sind. Man probiert Abkürzungen zu machen, man probiert den direkten Zug zu nehmen. Ja, es muss gerne alles schneller gehen und direkter. Und man vergisst manchmal ganz dabei, dass vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel das Wichtige ist, sondern ändert den Weg. Das ist etwas, was mir in der hebräischen Kultur sehr entgegenkommt. Wir lesen das immer wieder, zum Beispiel, wo das Volk Israel aus Ägypten auszogen ist. Es ist eigentlich um einen Weg gegangen. Gott hat mit dem Volk einen Weg gemacht. Und auch Jesus sieht von sich selber im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Jesus sieht nicht von sich, er sei ins Ziel, sondern er sei in der Weg. Er sei in der Weg, der letztlich ans Ziel führt. Und ich glaube, auch das mehnt uns daran, dass eben der Weg etwas Wichtiges ist. Es ist nicht gleich, wie wir ans Ziel kommen, sondern es ist wichtig, dass wir auf dem richtigen Weg ans Ziel kommen. Und ich lasse dich ein, lasse euch ein. Ja, probiere es doch einmal mit diesem Weg. Jesus, wenn er es schon von sich sieht, dass er der Weg sei, dann können wir ihn doch herausfordern und probiere, ob das wirklich stimmt. In diesem Sinn wünsche ich euch Gottes Sagen. Also, ich euch weiß, Vielen Dank.